Sind Sie hier, um Plasma zu spenden? Ja, ich bin gerade gefeuert worden. Ich kann die 20 Dollar gut gebrauchen. Oh, das ist schade. Ich bin zum Samenspenden hier. Da kriegt man glatte 100. Was, ehrlich? Ja. Wow, ist gar nicht mal so übel. Damit kann man was anfangen. Hallo, holen Sie sich wieder 20 Dollar für Ihr Plasma ab? Uh-uh.